Schon während ihrer Teilnahme bei Let's Dance ging es Sophia Thiel nicht gut. Nach der Show wurde es für sie schlimmer. Sie sind perfekt geschminkt und gestylt, sie schweben im Arm ihrer Profipartner übers Parkett und werden von vielen beneidet, doch innerlich stoßen viele Let's Dance Stars an ihre Grenzen. Sophia Thiel gibt jetzt zu, der Tanzwettbewerb warf sie seelisch komplett aus der Bahn. Schon während Let's Dance war Sophia Thiels Zustand erkennbar. Schon während der noch laufenden Staffel klangen die Aussagen der Promi-Kandidatin alarmierend. Beim Tanzen fühle ich mich einfach übel fett und hässlich. Da kommen Komplexe hoch, gestand sie in einem Podcast. Nachdem sie ausgeschieden war, verschwand Sophia völlig von der Bildfläche. Über Wochen postete die Fitness-Influencerin nichts auf ihren Social-Media-Kanälen, viele Fans machten sich Sorgen. Zu Recht, wie sich nun herausstellt, denn nach ihrem Ausflug aufs Parkett ist Sophia wieder da, wo sie nie mehr hin wollte, am Boden. Ich bin krank geworden und dann emotional eingebrochen, verrät sie im Interview mit dem Spiegel. Ich hatte auch leider wieder Fressattacken und geriet durch den Kontrollverlust in eine depressive FACE. Im Nachhinein sei wohl absehbar gewesen, dass sie durch die psychischen und physischen Anstrengungen einen Rückfall erleiden könnte, räumt sie ein. Allerdings habe während des Drehs in Köln niemand etwas gemerkt. Aber als ich nach Berlin zurückkam, ging es mir auf einmal gar nicht gut, und ich wurde wieder mit meinen alten Dämonen konfrontiert. Jetzt liegt wieder ein langer Weg der Genesung vor ihr. Mit ihren bitteren Erfahrungen ist Sophia nicht alleine, auch andere Stars berichteten schon von schweren körperlichen und seelischen Problemen nach ihrem Let's Dance-Einsatz. Offenbar sind die Risiken und Nebenwirkungen der populären Tanzshow doch gravierender als gedacht.